Ihr habt ja schon wieder eine Drohne gehabt, oder? Nein, nein. Haben wir wirklich nicht. Warum wusstet ihr dann, dass ich hinten durch war? Weil Rafa... Assad hat dich gecallt. Äh, ich wurde angeschossen, dass einer ganz hinten... Das war nicht, weil ich... Ich hatte gecallt, dass einer ganz hinten Mitte ist. Scheiße, die hab ich... Wo warst du jetzt? Easy! Los, defusen! 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 Fühl dich auf jeden Fall hier wohl. Sollten wir nicht schon starten? Dann drück ich drauf. Oh, oh shit! Ah, endlich! Die zwei guten gegen hier drei Leute. Äh, ich bin aber alleine. Achso. Ah, du regest das schon. Ja, das ist äh... Das ist natürlich... Ja, ich weiß halt nicht, ob Azada sich jetzt gerade einen kleinen C gebrochen hat. Boah, ne, 1000 Pin. Und teilweise sind auch zwei gegen drei, ehrlich gesagt, manchmal richtig spannend. Wo wir hier ein bisschen... Ja, also wir und drei gegen euch zwei, ja. Das, äh, ja. Das find ich auch schön. Ne, wenn wir kratzen. Also eben... Äh... Alter! Rafa! Danke! Äh... Hallo, Jockey? Ich konnte ja nichts machen dagegen, ja. Ja, ne, es war auch eher so ein... Jockey mal da drüben. Du warst eingekesselt. Ich stand unter Ratz der Straße noch. Ich hab mir aber irgendwie schon gedacht, dass die Ehrlichkeit über die, über die, äh, Holzbrücke kommt. Da bin ich langgekommen. Die Ziele beschützen. Könnte ich mir so lange ein teammate von euch ausleihen? Nein. Ja, ich bleib mal hinten stehen. Mach du das mal jeden zwei. Ich hab... Ich glaub, ich hab Asada grad gehört. Hola! 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 Sorry, Asada. Ich hab jetzt schon eine Runde in den Sand gesetzt. Ach! War's gut. Also kann ich los? Also, Asada ist wieder da. Asada, hast du dir einen kleinen Zeh gestoßen oder was war der Schrei? Okay. Ja, das... Die Hunde. Die sind aufeinander losgegangen. Lol. Die Zivi ist hier... Die Zivi hat aber nicht mehr... Viel, danke. Asada ist schon wieder da? Ja! Nein! Nein! Schade! Ich hab mir ja schon gedacht, dass du jetzt hier defuse willst. Schade. Ja, wenn du die ganze Zeit am Arsch der Welt bist, bist du irgendwo da hinten? Ja, ich wollte einfach rumrennen. Ja, was für rumrennen? Hab noch mal dein Team! Ne, ich wollte warten, bis du da bist. Damit... Er hat seine Team jetzt verkauft. Ich merk schon mal. Ja, du musst zerstören. Verkaufen. Ich bin jetzt Raphael. Ich hab Stevie nur gehört, weil sein Soldat gesagt hat, dass er jemanden eliminiert hat, ne? Klasse. Du bist sauber. So ist Stevie, halt auf die Fresse, mein... Hast du mich grad abgescannt? Ja, du bist sauber. Ja. Du hast dir das noch schön angeguckt, mich um die Ecke geguckt, oder? Natürlich! Ne! Lass das! Nein! Hi, Toki! Oh! Hast du einen Verfolger gehabt? Oh, ja, also... Ich bin nicht dieser Scheiß Treppe hochgekommen, der. Der ist an der Treppe hinter dir hängengeblieben. Ja, echt so, ey! An der Treppe! An der Treppe! Ich bin da hingegeblieben, oder? Okay. Ich hab' den ganz kurz nur gesehen. Ich konnte nicht sagen, ob ich da was gesehen hatte. Doch nicht mit'n Messer! Ja! Kurze Pause! Oh, Tato! Ja, find' ich auch gerade! Hui! Ach, schön. Alter, Jockey, du hast dich ganz schön angeschossen, ne? Es ist noch ein Schuss gefehlt. Wen hab' ich denn in der CS angeschossen gehabt? Mach mal. Ja, und dann kam der Next. Der Verwirrte unten war Next. Naja, Next start erst in deine Richtung, dann tritt er sich um zu Jockey und nachdem Jockey zweimal angeschossen, dann fängt er an zu schießen. Nein, ich hab' einen jetzt erst mal aufgeworfen. Ah, der Verwirrte da unten war Next. Wieso? Er war Next, weil er sah verwirrt aus. Schon wieder im Gemüseladen ist einer. Das Klamot zerstört! Fick dich, Junge! Nein, danke. Das kann aber, das war jetzt mal wieder richtig komisch. Ich war zuerst drauf. Aber weiß nicht. Die Runde haben wir verloren. Was? Lass doch, lass doch mal meine Claymore bitte da, Mann. Nein, ich hab' da über der Xamtex hingeworfen. Ja, weiß nicht, hab' ich gemerkt. Ja, die muss weg da. Der Abfall muss da weg. Lass meine Claymore. Kein Herz für Claymore-Spieler. Fertig. Ein Herz für Claymore-Spieler. Bitte Herz in Chat. Nein. Echt so? Nein. Einfach kein, einfach kein, kein Claymore-Spieler. Einfach nein. Einfach nein. Ja, okay. Stopp mal. Kacke, Rafa. Für Claymore-Spieler. Auf jeden Fall. Bist du auch ein Claymore-Spieler? Ich schieße die ganze Zeit auf deine Klinke und nichts passiert, das kann nicht wahr sein. Oh, wirklich. Mann. Ja, das bin ich. Gesehen. Ich weiß nicht. Ich hab' die Bombe vergessen. Ich hab' die Bombe vergessen. Ich muss die noch mitnehmen. Ach, scheiße. Verdammt. Ich seh' den Laser von St. Claymore, ne? Ich versuch' draufzuschießen. Es passiert einfach nichts. Ich hab' über ein halbes Magazin auf die Claymore verbraucht und es ist einfach nichts passiert. Ich hab' grad verarscht geführt. Das war mein Auto. Mein Auto. Also ich bin da jetzt nur hin, weil die Explosion da war, sonst wär' ich weggegangen. Das war mein Auto. Mein Auto. Weißt du, was der Witz war? Ich hab' die jetzt mal so gesehen, durch den Plänen und so, hä, ich geh' woanders hin. Oh, ne. Ich glaub' ich bin mal weg. Könnt ihr... Nein! Sau! Diesmal wusste ich, dass du da kommst, ey! Scheiße! Doch! Du machst auch immer... Du machst auch immer... Du machst auch immer den selben Trick. Ja, ich weiß. Ich hab' überlegt, ob ich da nochmal hinrehen oder nicht. Ich glaub' die sind A oder B. Einer zumindest. Die sind C. Nein, die sind D. A, B, C, D, E, F, Guns. Bist du sicher, dass die A sind? Also bei mir hör' ich nichts. Und ich bin bei A. A war nichts. Das bin ich immer noch nicht. Wie, würden sie aufhören, immer meine Leiche zu begutachten? Wo ist der Kaffee gestorben? Der war A. Neu! Einer ist Pinden bei B! Der kam aus dem Gemüselahn runtergesprungen. Ich hab' verzogen. Na ja, er geht auf. Der ist nach oben. Schön! Pff! Aber ich spruch' das Vater nehmen. Und ich weiß nicht, wieso ich so schnell gestorben bin. Unsere Kraft hat gut getroffen. Ich hab' den Schritt zerballert. Für die nächste Runde. Deswegen. Das kann ich verstehen. Das war mein Trapp. So, jetzt erst mal den Doodle. So hast sie noch gesehen! Okay. Erstmal den Doodle. Was sind die Eier? 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 Ich hab' mich schon allein gestruggelt, dass ich bei dir Scheiß-Aim hatte. Ich hab' auch ein Scheiß-Aim. Was bist du eigentlich? Du hast mich fast gekillt. Du hast es nicht kill. Fast ist aber trotzdem mehr. Als sind gar nicht. Ja, okay. Oh Gott, Alter! Einer ist unten bei B. Einer hat ne Sniper. Einer ist auf B. War auf B. Ja, das waren beide Seiten. Oh Gott! Scheiß, was war das? Ich hab' mich gehört, dass er verschossen ist. Raphael unbekannt. Weiß ich nicht, der könnte bei B sein. Deswegen sag' ich unbekannt. Gute Frage ist, vielleicht kämmt das hier irgendwo hinter das Gemüse. Er ist ein Gemüseladen. Der Sniper schoss gegen auf mich. Ah, shit. Ich hab' mich grad sehr doll erschrocken. Guckt ihr das ab, wie das bei mir aussah? Das sah total lustig aus. Deine Kugel hatte ne Leuchtspur. Die ist einfach an mir vorbeigef... Der war wirklich im B. Der war im Teppichladen. Ach, Teppichladen ist das! Und aber da ist noch Gemüse. Gemüseladen ist deren Spawn. Das scheint ein Teppichladen zu sein. Ich hab'... Das war Gemüse und kein Teppichladen. Ich hab' gesehen, wie du hinter der Wand standest und gewandest hast. Ich hab' mich voll erschrocken auf einmal. Euch nicht, ihr tut mir nichts, okay? Ihr... Scheiße! Alter, wie lange willst du denn jetzt noch da warten, Alter? Solange du dich da blicken lässt, mein Süßer. Ich guck' da zehn Minuten hin. Ich guck' einmal weg und du stehst oben drinnen. Was, Alter, hast du mich vorher schon gesehen? Wer hat ne Drohne? Ach. Ach, okay. Deswegen wusste ich auch, dass du da oben sitzt. Unten konntest du nicht mehr sein. Schätzchen. Jetzt weiß ich auch, warum die da oben so eben gesessen ist, Alter. Vorräte unterwegs. Irgendeiner ist bei A. Oh, der fuck? Äh, Mitte durch. Mitte schon durch? Nein, ganz hinten durch. Der ist hier bei mir. Einer, ja. Oh, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ich hab' mich selbst geflasht. Das war nicht die beste Flash, ehrlich gesagt. Habt ihr schon wieder ne Drohne gehabt, oder? Nein. Nein. Warum wusstet ihr dann, dass ich hinten durch war? Hassan hat dich gecallt. Äh, ich wurde angeschossen, dass einer ganz hinten mittel ist. Das war nicht falsch. Ich hatte gecallt, dass einer ganz hinten mittel ist. Das war nicht falsch. Ich hatte gecallt, dass einer ganz hinten mittel ist. Hörn, Apfel und Ei. Ach, Sada. Wie bist du nur so schnell da hochgekommen? Ich bin... Hä, ich bin doch schon länger? Also ich war... Ich frag mich immer noch, wo ich äh... Ich bin einfach straight durchgerannt. Ich hab nichts gemacht. Weil du hast die Bombe gelegt und da hab ich mich noch wegrennen sehen. Nein, Joker hatte Bombe. Also... Ich hatte Bombe gelegt. Wir waren beide noch da. Wir waren beide noch am Leben. Okay. Wer war dann, der sich selber getötet hat? Keiner. Keiner. Ich bin doch aber eben an der Leiche vorbeigelaufen. Das war Raphael. Danke. Ich bin fast an der Klamour verreckt. Bitteschön. Alter, das kannst du mir noch nicht erzählen, ey. Was habt ihr denn alles wieder für irgendwelche Drohnen und was weiß ich? Das ist wie gesagt der Vorteil, wenn man 2 gegen 3 spielt. Es gibt mehr Killstreaks am Ende, ja. Ja, aber wir killen euch ja auch. Ja, aber wenn einer von uns 3 macht, hat er schon fast eine Drohne. Oder sogar hat er eine Drohne. Deswegen. Macht einer von uns beiden Ace, hat er eine Drohne. Wenn nicht sogar noch per Package. Und hier ist es ja tatsächlich so, für jeden Scheiß bekommst du ja Punkte. Ich hab mich mal zum Schlafen gegen gelegt. Trink gut. Das war ich nicht. Oh, f*** dich, Alter. F*** dich selber. Ich weiß nicht, wo nächstes ist. Ich auch nicht. Weg. Ich. Das kann einfach nicht wahr sein. Das ist einer weniger. Das ist schön. Was war da? Wo bist du denn? Am Marktplatz. Wieso? ReIZ und Wasser? Mai und Wasser. Mai und Wasser? Mai und Wasser? Ja, Mai und Wasser. Aber eklig. Kennen wir das irgendwie friedlich?" ich lesen. Okay, du kannst auf A gehen. Mach ich auch. Okay, dann gehe ich in die andere Richtung. Was۱ típio jetzt! Das ist ein Deal. Die beiden haben einen Deal gemacht. Come on! Du bist so ein mieser Motherfucker. Ich habe meine Drohne mal kurz übernommen. Bitte nicht use this, aber tut mir leid, nix. Das ist aber gut. Ich fand's lustig. Ich hab die halt auf A hingestellt, weil ich die noch aus der Care Package hatte und ich hatte halt keine Verwendung, weil keiner von euch wieder A war. Das war gut, das war lustig. Fand ich geil. Okay. Das war mal was anderes. Hast du deine Flash? Das war meine. Laut? Ja. Die gehört über die ganze Karte. Merkst du? Oh nice. Der war unter dir. Hab ich nicht gesehen, danke. Der war in Linie von A. Lol, alter! Push der mich über den Haufen. Der ist bei B gewesen, du kannst durchziehen. Ja. Ich hab nicht mitgekriegt, dass er da war. Unsere Kraft hat gesiegt. Der hat das C4 schnell gezündet. Das mit dem C4 hab ich gar nicht mitgekriegt. Bip, 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 bip. Erstmal gucken. Ich hatte dich schon im PC und hab schon abgedrückt. Das C4, damit du weißt, dass C4 lag auf offener Fläche neben dem Bombenkasten und das C4 hat halt so einen hohen Sprengradius, dass er die Fässer mitnimmt. Hm. Dafür muss es auch fernzünden. Deswegen war da meine Frage, hast du mich gesehen? Ich war über dir im Fenster, ja. Aber Respekt, Raffa, du hast mich so richtig gekillt. Boah, die MP ist ganz toll. Alter, was? Boah, warum bist du schon wieder da durch? Ich hab eher gehofft, dass du... Wir sind durch und verteidigt nur. Einer kommt hoch zu A. Danke. Okay. Der Ex kam, äh, hat im Hauptgang durch. Ich dachte, ich wurde gemeint, einer kommt hoch nach A. Nee, das war ich. Okay. Seitenwechsel. Seitenwechsel. Was hat noch was überlegen? Boah, steh mir doch hier weg. Haben keine, haben keine, haben kurz keine, äh, Minimap. Oben ist einer drin. Oh, hab's gesehen. Hinter mir! Bei mir, bei mir, bei mir! Der eine oder andere war hinter mir. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Schade. Was? Raffa ist rückwärts runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Raffa hat einen Abgang gemacht. Es wurden Fehler begangen. Es wurden Fehler begangen. Es wurden Fehler begangen, genau. Mistakes were made. Das ist aber nur bei Call of Duty Black Ops so gewesen, ne? Dass das erst mal eingeführt wurde. Kannst du eigentlich auf mich besser gehen als auf dir? Hey, was meinst du? Es war nur so schlimm aus. Wir haben die Bombe. Fertig gelaufen. Ich hab mich verirrt. Okay. Ich konnte nicht runterhüpfen. Das ging nicht. Zahler war perfekt da noch. Einer, äh, zahlerwolle. Eine BA. Wo bist du denn, Junge? Ich bin nicht Jockey. Ja, ich weiß! Sonst ist niemand mehr. Darf ich mich dafür fragen, was ihr da die ganze Zeit macht? Ihr seid ihr die ganze Zeit hinterher gelaufen. Ja, ich will auch ihm hinterher gelaufen. Sorry, Asada. Alles gut. Ich hab den richtig bambuselt. Guck dir das an, wie gefährlich das ist, ey. Ja, aber, ey, komm. Also, das Messer ist ja lächerlich. Aber es... Ja, das liegt aber auch... Kilometer weit weg. Das liegt aber auch nur daran, dass, ähm, Jockey das als, ähm... Hand-Item hat und nicht als, ähm, V-Gegenstand. Ja. Also, er hat es als, ähm, Zweitwaffe, das Messer. Ah, ist halt so lächerlich. Aber, warum funktioniert das? Mitte! Ist irgendwas geflasht. Äh... Was ist das? Ich glaub, das war ein Geschütz. Wow. Oh, wow, Asada. Entladungen platziert. Ach komm, ach, Asada. Oh, schön. Da war auch noch irgendein Geschütz da. Ach komm. Da hast du auch so eine Capper gezogen. Ja. GG, Asada. Das war meine Ehre. Ich muss aber ehrlich gesagt, das Geräus... Das Geräus... Das... Der Sound von dem Geschütz... Naja. Als hätte man... Vom Mund... Da hat jemand eine sehr intensive Closet. Ja. So kann man es natürlich ausdrücken. Ah, 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 ah. Ja, next. Möchtest du was dazu sagen? Das hat mir getan. Okay. Du magst doch Schmerzen. Mhm.